Hallo ihr Lieben und Willkommen bei einem neuen Guide zu Star Wars The Old Republic hier auf den Nerd-Gedanken. Es geht um das Event Piratenangriff. Das starten wir hier auf der Flotte entweder Imperial, wenn ihr imperiale Charaktere spielt, oder natürlich republikanisch, wenn ihr Rap-Charaktere spielt. Ich spiel's Imperial. Und nun zu unserem Hauptthema. Piraten, die sich selbst Nova Blade nennen, belagern einen republikanischen Außenposten auf dem entlegenen Planeten Dantooine. Das kriminelle Abschaum, wie Nova Blade problemlos einen republikanischen Posten angreifen konnte, zeigt, wie schwach und instabil die Republik ist. Ich grüße euch, Commander. Tja, was nehmen wir denn da? Netter Trick. Beeindruckend, sich einfach so in die Übertragung zu hacken. Ihr hättet mich auch einfach per Holo anrufen können. Eure Position mag kein Geheimnis sein, aber meine ist es durchaus. Wir haben Dringendes zu besprechen. Der Piratenangriff auf Dantooine wurde vom Sith-Geheimdienst arrangiert. Dantooine ist zu einem wichtigen Sammelpunkt für republikanische Einfälle im von uns kontrollierten Raum geworden. Doch ihre Verteidigungen sind zu stark, als dass unsere Flotte zurückschlagen könnte. Also hat Darth Xarion die Gruppe Nova Blade rekrutiert, die von republikanischem Gebiet aus angreifen konnte. Ihr Überfall war brutal und chaotisch, aber unpräzise. Wir haben das Chaos genutzt, um in aller Stille Truppen einzuschiffen. Unser Stoßtrupp hat bereits eine versteckte Basis auf dem Planeten errichtet. Doch es mangelt an Personal. Helft ihnen. Sorgt dafür, dass die republikanischen Operationen dauerhaft geschädigt werden. Und der Dank des Imperiums ist euch sicher. Ich dachte immer, dass Dantooine ein nutzloses Provinznest wäre. Ist der Planet wirklich so wichtig? Mittlerweile ja. Dantooine ist ein strategisch wichtiger Punkt am Rand unseres Territoriums und eine Schlüsselposition, die wir der Republik entreißen müssen. Jegliche Operationen auf Dantooine unterstehen Colonel Trasen. Ich habe sie informiert, dass sie euch umgehend erwarten kann. Ein Erfolg auf Dantooine wird uns Vorteile im Rest des Raums sichern. Mit eurer Hilfe werden wir siegreich bleiben. Malgus Ende. Wenn ihr die Storyline auf Ossus noch nicht gespielt habt, seht ihr übrigens diese Übertragung von Malgus nicht. Also nicht wundern, wenn ihr das nicht sehen solltet, dann bekommt ihr nur die normalen Nachrichten und eben die Aufgabe, euch nach Dantooine zu bewegen. Wir werden jetzt erstmal mit Herzen und Köpfen werkeln, denn das ist die Quest, die wir gekriegt haben, als es mit dem Piratenangriff losging. Dafür müssen wir erstmal nach Dingenswomens zu unserer Allianzführung. Ihr hört es schon, wir befinden uns jetzt auf Odessen. Ich habe euch einfach mal den Ladescreen etc. erspart. Es scheinen alle da zu sein. Statusberichte? Die innere Sicherheit ist weiterhin stabil. Seit Ossus habe ich zwei republikanische Spione entlarvt. Sie haben sich als Frachterpiloten auf der Suche nach Arbeit ausgegeben. Leider sind sie geflohen, bevor sie gefangen und zu ihren jeweiligen Zielen befragt werden konnten. Wir sollten eure Maßnahmen mit dem Sith-Geheimdienst absprechen. Vielleicht können sie helfen. Ich werde Darth Xarion sofort kontaktieren. Meine Informanten haben Aufklärungsdaten zu allen entscheidenden Schlachten an der Front. Ich schicke alles zur Analyse an Bayvan. Meine Leute verfassen mit diesen Informationen neue Berichte über alle Feldkommandanten beider Seiten. So sollten wir in Zukunft strategische Wahrscheinlichkeiten vorhersagen können. Bis uns jemand direkt um Hilfe bittet, habe ich unsere Flotte in defensiver Formation um Odessen positioniert. Es gebe da noch eine Sache, die wir besprechen sollten. Jetzt, wo ihr wieder mit dem Imperium verbündet seid. Wir haben hier viel erreicht. Ich bin stolz darauf, unter eurem Kommando zu stehen. Wir haben die Galaxis zu einem besseren Ort gemacht. Doch ich bin auch stolz auf meine Vergangenheit. Jahrelang habe ich der Republik gedient. Ich kann nicht gegen sie kämpfen. Also setze ich mich zur Ruhe. Ich möchte Kommodore Pardax als meine Nachfolgerin vorschlagen. Ehemalige Imperiale? ziemlich clever. Sie wird euch gute Dienste leisten. Lana hat sie bereits überprüft und ich werde sie einarbeiten. Ihr wart eine große Hilfe für unsere Allianz, Bayvan. Danke für alles, was ihr getan habt. Danke, dass ihr mir die Chance dazu gegeben habt. In unserem Forschungslabor ist alles ruhig. Die Verbesserungen an Odessens Planetenschild wurden erfolgreich abgeschlossen. In Ordnung. Hülo? Wir mussten die Sicherheitsmaßnahmen für meine Teams erhöhen. Hiraterie wird bei den Einsätzen zu einem immer größeren Problem. Zum Glück seid ihr mit Valor befreundet. Seit überall bekannt ist, dass ihre Leute uns begleiten, werden unsere Transporter in Frieden gelassen. Das höre ich gern. Sonst noch was? Die Crew und ich haben eine der alten Tantra-Corvetten am Start. Wir patrouillieren die Strecke zwischen hier und Sakul. Da drüben sieht es übel aus. Einige der Stadttürme sind vollständig abgeriegelt. Andere bekämpfen sich offen. Und diese Gauner von der Exchange? Sie machen sich überall breit. Fast die Hälfte der Übergangsregierung steckt mit ihnen unter einer Decke. Ich weiß, dass sie ihre eigenen Wege gehen wollten. Aber Sakul ist meine Heimat. Viele unserer Leute nennen es ihre Heimat. Wir sollten unsere Hilfe anbieten. Wie genau können wir ihnen eurer Meinung nach helfen? Es sollte unsere Priorität sein, die Exchange zu vertreiben. Die Ritter sind praktisch nicht mehr existent. Von Recht und Ordnung fehlt jede Spur. Ich weiß, dass es uns nicht zusteht, sie auf Sakul zu verfolgen. Also müssen wir sie uns schnappen, bevor sie dort eintreffen. Gib mir drei zusätzliche Schiffe und wir fangen alle Exchange-Mitglieder auf dem Weg nach Sakul ab. Ohne Unterstützung durch Verstärkung oder Bestechungsgelder werden sie aufgeben. Der Plan gefällt mir. Nehmt euch die Schiffe kommen. Danke. Es wird Spaß machen, diese Mistkerle zu jagen. Sana Ray besucht die Wiederaufbaumaßnahmen auf Voss. Also sind wir hier fertig. Ich möchte noch ein paar Worte sagen, bevor wir das Treffen beenden. Ja, Commander? Ich möchte allen für ihre Unterstützung danken. Wir haben so viel überlebt. So viel erreicht. Das haben wir nur euch zu verdanken. Die Galaxis ist so chaotisch wie eh und je. Aber wenn wir zusammenhalten, können wir alles schaffen. Verlasst euch auf uns. Da wäre noch eine letzte Sache. Lord Itza, ein Vertreter der imperialen Förderdivision, möchte euch sprechen. Ich habe seine Frequenz in euer Holokom geladen. Ich dachte, wir könnten einen Moment für uns gebrauchen. Ich muss gestehen, es ist seltsam, gegen die Republik zu kämpfen. Wahrscheinlich hätte ich kommen sehen müssen, dass es eines Tages so sein wird. Doch irgendwie habe ich das nie getan. Verständlich. Sie haben euch nie den Rücken gestärkt. Saresh war kein gutes Vorbild. Trotzdem muss ich wissen, dass ihr das tut, um einen Krieg zu gewinnen und nicht, um meine alte Heimat zu vernichten. Wir tun nur, was nötig ist, um zu gewinnen. Ich wünsche mir Sicherheit und Wohlstand für das Imperium, nicht die totale Vernichtung der Republik. Dann sind wir einer Meinung. Wieso schnappen wir uns nicht einen Gleiter und verirren uns ein wenig im Wald, jenseits der Schlucht? Ein kleines Abenteuer. Nur wir zwei. Hm. Na gut. Wir hatten sowieso so wenig Pause. Ich fasse das als ein Ja auf. Okay. Das wird jetzt doch ein bisschen storylastiger als gedacht. Upsa. Ich muss das hier noch benutzen. Aber das ist natürlich auch die Einleitung für den Storyarc hier beim Event. Finde ich jetzt aber auch gar nicht so verkehrt. Wenn euch das hier nervt, dann schwut einfach nach vorne. Ich habe in der Beschreibung des Videos auf jeden Fall alle Zeitstempel drin. Seid gegrüßt, Commander. Sehr freundlich, dass ihr mich kontaktiert. Wie kann ich euch helfen? Ich gehöre zur imperialen Förderdivision. Insbesondere suche ich nach Gelegenheiten, unsere edlen Soldaten an der Front zu wahrer Größe zu inspirieren. Darth Krobus hält eine Rede im weichen Raum, Doc, um unsere Truppen auf den Einsatz vorzubereiten. Das wäre eine gute Gelegenheit für euch, ein paar Worte an sie zu richten. Immerhin seid ihr dank eurer Taten zu einer lebenden Legende geworden. Siegessicherheit steigert das Selbstvertrauen. Wenn sie höre, dass ihr auch dort draußen seid und den gleichen Kampf führt wie sie, wird sich eben dieses Selbstvertrauen auch auf unsere Truppen übertragen. Was genau wollt ihr von mir hören? Erzählt ihnen eure Geschichte. Sagt ihnen, wie eure Liebe zum Imperium euch inspiriert hat. Und vor allem, versichert ihnen, dass sie gewinnen werden. Wir können eure Ankunft kaum erwarten. Gute Reise. Nr02, hast du diese Rede vor den Truppen im weichen Raum, Doc, eingefädelt? Nein, aber Lord Itzars Einschätzung ist korrekt. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, den Truppen des Imperiums Selbstvertrauen einzuflößen. Inspirierte Truppen können annähernd 83% über dem Referenzwert kämpfen. Inspirieren Sie sie und der Sieg ist sicher. Perfektes Timing, Commander. Darth Kovos ist gleich fertig. Folgt mir. Ich kann die Stärke in jedem Einzelnen von euch spüren. Die Leidenschaft für den Sieg und die Kraft, ihn zu erreichen. Ob durch Blaster oder Klingen, unsere Erzfeinde werden endgültig ausgelöscht werden. Für das Imperium! So sieht man sich wieder. Viele Grüße von Sascha und ihrer Familie. Mit eurer Allianz an unserer Seite ist der Sieg dem Imperium so gut wie sicher. Glückwunsch zu eurer Aufnahme in den Rat der Sith. Danke. Ich hoffe, unserem Imperium so gut zu dienen, wie ihr es getan habt. Sie gehören euch. Imperiale Tradition loben, von Krieg und Sieg sprechen. Reformation und Gleichberechtigung preisen. Oh Mann. Super. Also so oder so, das gibt jetzt irgendwie ein Problem. Ich mach mal Reformation und Gleichberechtigung. Wir machen uns bereit, den gleichen Krieg zu führen, den wir schon viele Male zuvor führten. Aber das Ergebnis wird ein anderes sein, weil wir anders sind. Wie ein starkes Raubtier ist das Imperium gewachsen. Hat sich weiterentwickelt. Neue Dinge gelernt. Wir sind nicht dasselbe Imperium, gegen das unsere Feinde in der Vergangenheit kämpften. Oh, ganz viel Jubel überall. Zu den Schiffen! Also so ein bisschen Hurra wäre jetzt noch schön gewesen. Eine interessante Rede, Commander. Ich weiß nicht. Ich schon. Es war eine starke Rede. Eine, die das gesamte Imperium hätte hören sollen. Vielen Dank für eure Zeit, Commander. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Ja, ich glaube, die meisten Imperialen wären davon nicht so begeistert gewesen. Sie haben ihre Inbrunst für den Sieg erfolgreich angestachelt, Commander. Hervorragende Arbeit. Okay, wir waren ganz helle seitemäßig und haben einen neuen Kodexeintrag bekommen, die Imperiale Förderdivision. Die Imperiale Förderdivision wurde zur verbesserten Indoktrinierung des Imperialen Militärs gegründet und fokussiert sich auf die Verhinderung von Fahnenflucht sowie die Steigerung der Moral. Die Division arbeitet vor allem innerhalb der niedrigen Ränge und der Fußsoldaten. Zu den Aufgaben der Förderdivision gehört die Planung verschiedener Pflichtveranstaltungen wie Motivations- und Lehrvorträge, Besuche geschichtsträchtiger Städten und sanktionierte Freizeitaktivitäten. Durch die Kontrolle über das Leben der Einzelnen kann das Imperium Regimekritiker rasch herausfiltern und schädliche Gerüchte oder Verhaltensweisen unterdrücken. Bei den meisten Soldaten ist die Förderdivision beliebt, was beweist, wie überzeugend ihre zur Schau gestellte Sorge um jedes Individuum in den Streitkräften des Imperiums ist. Okay, also noch mehr Propaganda. Tja, das war es erstmal mit diesem neuen Story-Teil. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja jetzt nicht mehr so mega lange zu warten. Mal gucken, was da raus wird. Also, dann wollen wir doch mal weiter im Text gehen und uns den Marodeuren von Dantoin widmen. Genauer gesagt, gehen wir mal dahin. Da ist nämlich Dantoin. Und raus aus der Kakophonie, die wir hier hören mussten. Denn, ja, die Hintergrundmusik von der Flotte und die Kantinemusik... Okay, Ladescreen, Ladescreen, Ladescreen. Yay. Und wir sind hier auf Dantoin. So, wir müssen jetzt hier mit... Wie heißt sie doch? Colonel Trazen reden. Hallo, Colonel Trazen. Commander? Schön, euch kennenzulernen. Colonel Lenora Trazen. 425. Imperiale Infanterie-Sondereinheit. Ich fürchte, die Situation auf Dantoin wurde von unseren geschätzten Kollegen des Imperialen Geheimdienstes etwas... ...verfälscht dargestellt. Nova Blade führt, wie gewünscht, einen beeindruckenden Überfall durch. Ihr Enthusiasmus beim Abschlachten der republikanischen Truppen ist bewundernswert. Leider zollen sie unseren Streitkräften nicht den gebührenden Respekt. Meine eigenen Truppen wurden von diesen Räubern ohne jede Zurückhaltung oder Entschuldigung angegriffen. Aber nun, da ihr hier seid, hoffe ich, dass wir die Verfehlungen von Nova Blade angemessen bestrafen können, ohne die Störungen der republikanischen Operationen zu vernachlässigen. Oh, ich kann gleich mit ihr flirten. Ganz schön dumm, Piraten zu vertrauen. Ja. Oder so gut wie erledigt. Ich sag mal das hier, weil das ist wirklich doof. Es war ein Fehler, mit Piraten zusammenzuarbeiten. Wessen brillante Idee war das? Es steht mir nicht zu, die Entscheidungen des Rats des Sith zu kritisieren. Meine Aufgabe ist es, die Ziele des Imperiums zu verfolgen, ungeachtet aller Hindernisse oder Herausforderungen. Viel Glück, Commander. Okay. Hilft den imperialen Streitkräften auf Dantoin. Dafür werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen Arbeit besorgen. Die gibt es nämlich hier an der Tafel. Und alle anderen Quests lassen wir links liegen, weil das H2-H4-Quests sind. Die mache ich in einem anderen Guide, wenn ich eine Gruppe habe, mit der ich das zusammen machen kann. Denn die sind nicht ganz ohne. Aber hier gibt es Aufgaben für alle. Wir haben hier übrigens eine wöchentliche Aufgabe, nämlich 10 tägliche Missionen abschließen, 5 mal Heldenmissionen. Das habt ihr nach zwei Tagen drin. Ansonsten gibt es hier vor allem Dailies. Und die werden wir uns mal alle reintun. Die erste Quest hier bei den Dailies heißt unverdächtig und dafür müssen wir ein Druiden-Kontroll-Terminal benutzen. Das befindet sich in dem Gebäude hier. Ihr bewegt euch also einfach aus der imperialen Basis raus, fahrt ein bisschen über die Umgebung und schon seid ihr da froh. Ist überhaupt nicht schwierig. Der Weg ist auch relativ kurz. Also, dann mal hier rein. Wir übernehmen nämlich bei diesem Quest-Abschnitt einen kleinen Maus-Druiden. Na klar. So. Wir haben drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder hupen, damit können wir die Techniker ablenken, die hier im Gebäude rumstehen. Wir können hasten, dann sind wir schneller unterwegs. Oder aber wir trennen die Verbindung zu diesem kleinen Maus-Druiden. Aber das ist nicht nötig. Der Vorteil an der Sache ist, dass wir hier keine echten Gegner haben. Wir hupen jetzt einmal, damit wir den Bonus hier erfüllen können. Aber als allererstes werden wir hier mal das Sicherheitsterminal hacken. Vorsicht! Sonst brennen noch alle Schaltkreise durch. Bleibt trocken. Und weiter geht's zum Kontrollraum. Die einzige Herausforderung dieser Quest ist, dass wir nicht in nasses Wasser reinfahren dürfen. Deswegen gehen wir hier immer schön außenrum. Sonst wird das einfach ein bisschen sehr lästig. So. Dich darf man dann auch mal kurz anrufen. Hallo. Oh. Bist du aber abgelenkt hier, Kumpel. Ja, das Leben ist schon schwierig. So. Die hier wollen wir auch haben. Springen. Ignoriert jemand aber die Sicherheitsvorschriften? Das kommt davon. Und da wird dann auch nochmal abgelenkt. Prima. Also zwei von den drei Bonusaufgaben haben wir jetzt schon erfüllt. Hier wird es ein bisschen lästiger, weil das ganze Gebiet hier unter Wasser steht. Aber wir fahren einfach außenrum. Das Gute ist, wir können hier eine Ramp hoch und dann über die Kisten entlang. Das ist so ein bisschen nervig, weil man zuerst mal nicht so richtig sieht, dass das möglich ist. Weil diese Kisten auch nicht aussehen, als könnte man da drüber fahren. Aber es geht. Ihr müsst es einfach nur ausprobieren, wenn ihr hier nicht so gut vorankommt. Es passiert euch nichts, wenn der kleine Maustroide kaputt geht. Dann werdet ihr aus der Steuerung rausgeschmissen und einfach wieder an den Anfang versetzt. So. Letzte Aufgabe. Als Bonus noch die Hauptwasserleitung knacken. Huch. Röms. Oh, das war jetzt natürlich nicht so schön. Wir standen direkt im Wasser, aber das macht nichts. Jetzt können wir das Hauptcomputer-Virus übertragen. Not gemacht. Wir konnten einen ausgiebigen Blick in ihre Sicherheitssysteme werfen und da herrscht absolutes Chaos. Tja, und schon sind wir fertig. Die erste tägliche Mission ist damit abgeschlossen. Die nächste Mission heißt Explosive Versprechen und dafür müssen wir Minendruiden einsetzen. Das geht immer nur an diesen mit einem grünen Pfeil markierten Punkten. Und ihr seid immer noch im Anfangsgebiet in der Nähe von der imperialen Basis. Die ist hier oben. Also in diesem Areal findet ihr immer wieder diese grünen Punkte. Wenn irgendjemand anders die schon abgefarmt hat, wartet ihr einfach ein bisschen. Dann wird hier ein bisschen geschippt. Wir setzen einen Minendruiden ein und können gleich zum nächsten Punkt. Ist eigentlich relativ unspektakulär. Ab und an gibt es dann auch Gegner, die auftauchen. Aber das ist nicht jedes Mal so, wenn man einen Minendruiden einsetzt. Okay, keine Gegner. Wir haben es heute leicht. Ich sehe schon, das wird ein sehr bequemes Durchgehen hier. Der Vorteil ist, wenn ihr hier in irgendeiner Form angegriffen werdet, dann helfen euch auch die NSCs, die in der Gegend rumstehen, weil das hier immer noch imperiale Zone ist. Okay, hier wird geballert. Es gibt hier noch einen Bonus. Nova Blade Leute umzulegen. Dafür müsst ihr aber nicht darauf warten, dass die Jungs und Mädels dort erscheinen, wo die Minenkontrollpunkte sind. Ich werde jetzt einfach mal alle nebenher noch umballern. Wenn ihr hier in den Gebieten unterwegs seid, dann könnt ihr natürlich auch noch verschiedene Einträge frei schalten. Ich lese sie jetzt aber nicht extra vor, weil es geht darum, zu zeigen, wie das Ganze hier funktioniert. Es lohnt sich übrigens, diese ganzen Boni noch mitzumachen. Die Nova Blade Kommunikatoren, die ihr hier findet, braucht ihr nämlich auch noch für eine andere Quest. Damit könnt ihr dann auch mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es ist alles ein bisschen bequemer damit. So, jetzt ist hier gerade irgendjemand anders unterwegs, der uns die Minenpunkte wegschnappt. Jetzt müssen wir ein bisschen suchen. Ah, warte mal, hier ist noch einer. Prima. Im Zweifel bleibt einfach neben einem der Punkte stehen, bis der Respawn da ist. Es dauert nicht so lange. Wir können uns auch in Gefechte zwischen unseren NSCs und den Gegnern einmischen, wenn wir das möchten. Erspart einem in der Regel auch einiges an Rennerei. So, jetzt fehlen nur noch drei, die kriegen wir jetzt auch noch platt. Und hier drüben ist auch der nächste Punkt. Wunderbar. Worauf ihr hier in der Gegend etwas achten müsst, ist, dass eure Gefährten ab und an mal an verschiedenen Ecken festhängen. Was besonders ungeil ist, wenn man mit einem Heilercharakter durch die Gegend rennt. Und der Charakter, der eigentlich dafür da sein sollte, um einen durch Tank-Skills zu beschützen, eben an entsprechenden Momenten nicht da ist. Das ist so, ja. Ja. Also vergewissert euch am besten einfach immer zuerst, ob euer Gefährtin auch direkt neben euch steht, während ihr hier am Rumpaland seid. Also es gibt hier auch ganz ordentlich Bonus-XP, wenn ihr auf Kommando rangeht, ist das alles recht entspannt. So, hier ist unser letzter Punkt. Und damit ist diese Quest auch abgeschlossen. Wham! Oh, hier kommen noch ein paar Gegner, die gespiegelt werden möchten. Kein Problem. Könnt ihr gerne haben, Bonus. Könnt ihr gerne haben. Und Euglein zu. Niko Okar sagt es schon. Wie vom Doktor verordnet. Die Quest Marodeur-Manöver verlangt von euch, dass ihr drei Peilsender platziert und zehn verschiedene Kommunikatoren von Nova Blade-Piraten einsammelt. Der Clou ist, dass ihr die Kommunikatoren ohnehin bekommt, wenn die Nova Blade-Piraten abschlachtet. Das heißt, das erledigen wir eigentlich so einfach mal nebenher. Ist alles recht entspannt. Deswegen lohnt sich diese Quest auch zu erledigen, während ihr euch hier gerade durch das Gebiet bewegt. Denn der Punkt dabei ist, dass wir diese Quest benutzen können, um von einem Eck der Umgebung zu einem anderen zu kommen. Hier bei dieser einfachen Gruppe kriegen wir schon mal vier Kommunikatoren, sage ich schon. Wir starten am besten bei dem ersten Punkt, wo wir was platzieren sollen. Nämlich hier an diesem Nova Blade-Gleiter. Das Gute ist, dass wir den immer platzieren können, auch wenn gerade andere Leute auch schon daran rumgewerkelt haben. Und jetzt gehen wir einfach zum nächsten Punkt weiter. Der befindet sich ein Stückchen in genau unserer Blickrichtung. Da müssen wir nicht viel anderes machen. Außer eben die Nova Blade-Jungs auf dem Weg dorthin umzuräumen. Und es gibt genügend Piraten. Also da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen, wenn die jetzt in diesem Moment vielleicht nicht da sein sollten, während ihr hier questet. Einfach ein bisschen warten. Der Respawn ist recht schnell. Was natürlich etwas nervig ist, wenn man mit einem Charakter unterwegs ist, der nicht ganz so viel aushält. Aber gerade die Schadensausteiler haben hier einen mega Vorteil. Einfach weil sie alles umballern, was hier so auf dem weiten Feld steht. Wir haben hier jetzt die letzten Nova Blade-Kommunikatoren eingesackt. Nehmen jetzt die Nova Blade-Schlitten. Klöck auch erledigt. Jetzt haben wir natürlich die Wahl, ob wir das Schiff hier nehmen, das in diesem Gebiet drin ist. Oder ob wir hier hinten hinfahren. Ich nehme das hier hinten. Denn da gehen wir dann auch schon in die nächste Ecke einer Quest. Wir müssen hier nur ein bisschen die Piraten umfahren. Aber das ist alles nicht so wild. Ich habe da jetzt relativ wenig Hemmungen, einfach mal durchzufahren. Glücklicherweise greifen die Agro-Mechaniken nicht so krass, dass man jetzt an jeder Ecke, an der man vorbeikommt, irgendwie 20.000 Viecher an der Backe hätte. Und da ist auch schon das Nova Blade-Shift, das wir hier brauchen. Da haben wir dann nicht mehr viel zu tun. So. Huch. Was bist denn du jetzt für ein lästiger Typ? Lass doch mal meinen Highline holen. So was macht man nicht, auf den Dock schießen. Das mag der Dock nämlich gar nicht. So. Hier ist noch ein Silberner. Wenn ihr den nicht sofort seht, nicht wundern. Der steht einfach hinter dem Schiff. Ja, aber genau das hier passiert, wenn man mit Piraten zusammenarbeitet. Man hat einfach viel Stress mit denen. So. Und dann gleich mal den Peilsender ans Schiff pappen. Und schon sind wir fertig. Viele freie Überwachungsdaten von den Fahrzeugen von Nova Blade. Nun können wir ihre Manöver überwachen und unnötige Konfrontationen vermeiden. Die Quest freie Flugbahn macht genau das. Nämlich die Flugbahn frei für unsere Schiffe. Deswegen müssen wir hier mit diesen schönen Geschützen ein bisschen Chaos stiften. Aber dafür brauchen wir erstmal Zugangskarten. Wir starten diese Quest hier mittig im Bereich. Das ist das nördliche Luftabwehrgeschütz. Und dafür brauchen wir einen Code, den wir vom republikanischen Kommandanten hier kriegen. Ich bin Schadensausteiler extrem entspannt, weil das hier null Herausforderungen bietet, wenn man einigermaßen brauchbar ausgerüstet ist. So. Und jetzt mal ran an das Geschütz und ein bisschen Spaß haben. Oh, oh. Delta-Batterie, Feuer einstellen. Ich wiederhole, Feuer einstellen. Ihr visiert verbindete Schiffe an. Feuer einstellen. Ich fand sie jetzt nicht so gut. Äh, okay. Helfen wir doch mal kurz zum Mitspieler hier so ein bisschen. So, viel Spaß, Mädels. Wir fahren gleich zum nächsten Geschütz weiter. Nämlich dem hier. Das westliche Luftabwehrgeschütz. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass wir uns hier jetzt so langsam in der Nähe der Basis befinden, die von den Reps gehalten wird. Das heißt, geht nicht zu nah ran, sonst habt ihr nämlich die netten, hochgezüchteten Wachen der Basis am Hintern. Und das macht so richtig gar keinen Spaß. So, hier haben wir wieder einen Kommandanten. Man bleibt nicht so hübsch wie ich, ohne ein paar Tricks zu kennen. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Okay, die stehen ein bisschen sehr weit auseinander, alle. Etwas lästig. Aber gut, dafür haben wir ja Fernkampfwaffen. Eroberungspunkte, okay. So, hier haben wir die Zugangskarte. Also mal ab zum Geschütz und ein bisschen Spaß haben. Ja, dumm gelaufen, ne? So, dann mal ab hier zum südlichen Luftabwehrgeschütz. Das ist jetzt auch nur noch ein bisschen Fahrerei. Glücklicherweise sind hier die Gegenden nicht so vollgestellt mit Mobs, dass man diese Quests nicht einfach in aller Ruhe abklappern könnte. Und momentan sind auf jeden Fall genügend andere Spiele unterwegs, dass das hier überhaupt kein Problem ist. So, wo sind denn jetzt unsere Freunde hier drüben? Wunderbar. Die stehen mal wieder perfekt. Also mit den Scharfschützen diese Daily-Quests zu machen, ist schon sehr interessant. Kann man einfach nichts sagen. Aber ich glaube mal, ihr werdet auch mit einem Hexer oder ähnlichen Bereichsschaden, bequemen Klassen, sehr viel Spaß haben können. Oh, ich glaube, ich muss mich hier doch nochmal durchgräsen. Oder etwa nicht? Gucken wir mal. Nein, muss ich nicht. An alle Einheiten der Delta-Batterie. Stellungen sichern. Wir registrieren Schüsse auf Verbündete. Vermuten feindliche Einheiten. Haltet eure Augen offen. Ja, da sind gleich keine Augen mehr da. Ja. Ja. Ja, Nico ist jetzt mal wieder relativ trocken. Hey, ist nichts Persönliches. Alles gut. Wir erschießen dich nur einfach, weil du im Weg stehst. So, jetzt fehlt uns nur noch die östliche Batterie. Da cruisen wir einfach mal hier am Zaun entlang. Und vermeiden eine Menge Stress. Ich hoffe allerdings, ich komme hier noch entlang, ohne dass ich mich jetzt hier mit allen prügeln muss. Ei, ei, ei. Okay, hier sind sehr viele Jedi. Die brauchen wir dann für eine andere Quest, aber wir fahren den jetzt... Ah, fuck. Einfach davon, dass das jetzt ein bisschen lästig. La, la, la. Lass uns einfach laufen. Ich mache das jetzt hier nicht. Der gute Nico kriegt jetzt dafür total auf den Kopf, der arme Kerl. Oh, ja, da muss er jetzt durch. Komm mal mit, Junge. Nico, los. Och, ich will doch jetzt hier nicht mit allem kämpfen, was hier rumläuft. So. Ah, da ist er. Okay. Er wurde gerade schon zurückgesetzt. Sehr gut. Okay, die Nova Blades müssen wir wohl doch bekämpfen. Die stehen einfach ein bisschen blöde. Aber ihr seht es, man kommt wirklich einigermaßen gut durch. Selbst wenn es hier relativ voll ist. Man muss es ja mal so sehen, es sind gut verdiente Kommandopunkte. Alles entspannt hier. Gibt immerhin, hey. 20 Kommandopunkte für so einen Nova Blade Typen. Kein Thema. So, hier ist jetzt das letzte Geschütz. Kriegen wir auch noch hin. Wenn ihr diese Quests alle macht, dann macht sie am besten auf einem Haufen. Geht von Ort zu Ort. Nehmt alles mit, was pro Ort ist. Und fräst euch halt durch das gesamte Gebiet durch. Das ist für mich das Sinnigste. Hä? Ach, klar. Deckung. Deckung wäre vielleicht auch eine Idee. So. Die kriegt jetzt noch ein bisschen was auf den Kopf hier. Dann sind wir hier auch gleich fertig. Der steht nicht mehr auf. Wir haben hier nämlich gleichzeitig noch eine Bonus-Quest für eine andere abgeschlossen. Aber welche das ist, sage ich euch dann gleich. An alle Einheiten. Achtung. Wir haben Berichte über imperiale Truppen, die unsere Geschützstellungen übernehmen. Verschanzen und wachsam bleiben. Wir schicken Einheiten zur Rückeroberung unserer Geschütze. Und das war es hier mit Freie Flugbahn. Die nächste Quest heißt Operation Hungersnot. Und dafür müssen wir sowohl Jedi umballern, als auch republikanische Milizionäre und Nahrungsvorräte zerstören. Also mal so richtig finster fies imperial. Dieses Quest-Areal befindet sich hier im südlichen Teil in der Nähe von der republikanischen Basis. Das heißt, hier seht ihr die schon mal. Da habt ihr keinen langen Weg mehr. Wenn ihr ohnehin freie Flugbahn questet, dann macht am besten auch gleich diese hier mit. So, Jedi töten. Kriegen wir hin. Alles kein Thema. Jetzt sprechen die Blaster. Erstmal hier die Dantjoine-Miliz töten. Und dann kommen wir zu dir, freundlicher Jedi von nebenan. Okay. Thema erledigt. Der erste Jedi ist platt. Und das hier sind die Vorräte, die wir verbrennen sollen. Wow. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich so einen krassen Feuerflammenwerfer hier mit dabei habe. Aber kein Thema. Offensichtlich wurden wir während unseres Quest-Geschehens hier mal ordentlich aufgerüstet. Manchmal beeindruck ich mich selbst. Der steht nicht mehr auf. So. Noch mehr Militionäre platt. Noch mehr Vorräte verbrannt. Plage der Republik. Ja, das ist aber nett hier. So, ich glaube, da gehen wir mal außenrum. Vorteil des Ganzen. Auch die Vorräte respawnen sehr schnell. Offensichtlich haben sie sich hier darauf eingerichtet, dass hier sehr viele Spieler gleichzeitig irgendwas machen wollen. Was ich persönlich sehr angenehm finde, weil bei vielen anderen Daily-Gebieten hat man ja so ein bisschen den Stress. So, dass es halt etwas länger dauert, wenn andere Spieler hier schon Dinge getan haben. So. Und dann haben wir hier noch Militionäre. Hallo. Ach, ihr möchtet doch einfach alle sterben. Geht's zu. Okay. Miliz erledigt. Vorräte erledigt. Brauchen wir nur noch ein paar Jedi. Und dafür nehmen wir dann halt auch gleich mal den Dicken hier. Weil der bringt die meisten Punkte. Ja, so nett sind wir hier beim Imperium. Wir schlachten immer die, die die meisten Punkte bringen. Und der haut mir gleich mal eine Kiste ins Gesicht. Das ist aber nicht sehr nett von ihm. Sowas macht man doch nicht. Okay, hier kommen dann gleich die lästigen Nächsten, die hier mitmachen möchten. Okay. Könnt ihr haben. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Du bist dann halt mein dritter Jedi. Passt schon. Alles gut. Und erledigt. Das ist ein Rückschlag für Sie. Eine Sache noch. Wir registrieren seltsame Daten in eurem Bereich. Wärt ihr so nett, das zu untersuchen? Okay, kein Problem. Also dann mal ab ins Lagerhaus. Das kriegen wir doch hin. Das ist dieses. Na toll. Noch mehr Jedi. Ja, ja. Das war nicht rum, Kumpel. Niemand will mit dir spielen. Und hey, die Punkte können wir ja immer brauchen, ne? Also dann mal rein in die Bude und gucken, was es hier Schönes gibt. Hoppsa. Bah. Nicht an den Türen hängen bleiben. Idealerweise. Okay, toll. Ich erwische natürlich nur den einen hier. So, nächster Jedi Platz. Okay, kein Feind mehr hier drüben. Dann nehmen wir doch mal hier diese hübschen Daten mit. Okay. Ihr hattet recht, Jurala. Dieser Fäuleerreger muss durch die verdammten Piraten auf dem Planeten gelangt sein. Er ist ausgesprochen ansteckend. Daher müssen wir schnell eine Behandlungsmethode finden, bevor die gesamte Ernte zerstört wird. Ich habe eine Probe für weitere Experimente gelagert, aber geht vorsichtig damit um. Findet eine Probe des Krankheitserregers. Na, wo könnte die wohl sein? Oh, in diesem hübschen Dings drin. Diese Einnehmungseinheit enthält einen hoch ansteckenden Pflanzenfäuleerreger. Wird er freigesetzt, könnte die Fäule die Nahrungsmittelvorräte des Planeten zerstören. Uh, das ist jetzt die Frage, ob wir böse sind oder nicht. Naja, Zweckseffizienz, sammeln wir mal eine Probe. Da freuen sich dann unsere imperialen Mitarbeiter. Okay, verbreite die Pflanzenkrankheit. Das ist ja mal richtig nett hier. So, wo müssen wir denn da hin? Nochmal hier auf das Feld. Alles kein Thema. Sehr entspannt. Wir sind richtig nett. Wir verbreiten hier Pflanzenfäule. Genau sowas hatte ich mir vorgestellt, als ich zum Dienst beim Imperium angetreten bin. Pflanzenfäule verbreiten. Saubere Arbeit. Steht euch nur vor, wie die ganzen Felder einfach verfaulen. Das Kommando wird begeistert sein. Na, das ist doch mal nett. Tja, und das war es dann auch mit der Operation Hungersnot. Wir werden hier sehr schnell fertig. Wenn wir jetzt mal die ganze blöde Miliz plattgehauen haben. Hm. Die wollen einfach nicht genug haben hier. So, Operation Hungersnot wäre damit dann auch erledigt. Fehlt nur noch eine. Bei der Quest Destabilisierung von Dentoin müssen wir an verschiedenen Orten ein bisschen mit unserem Makrofernglas umwerkeln. Wir bekommen den Marker für das erste Scannziel hier etwa mittig im Bereich. Ihr könnt euch allerdings auch schon etwas weiter hier oben positionieren. Da sieht man die entsprechenden Ziele auch. Wir sollen hier diese Windturbinen scannen. Also mal raus mit dem Makrofernglas. Alles kein Thema. Na. Boah. Okay, damit die hier nicht weiter funktionieren, werden wir die Windturbinen erstmal ein bisschen sabotieren. Es gibt hier noch eine Zusatzbonus-Quest, bei der ihr 15 republikanische Truppen töten sollt. Allerdings schafft ihr das locker, wenn ihr alle anderen Quests auch nebenher macht und euch die hier bis zum Schluss aufhebt. Ist also relativ locker und entspannt. Da muss man nicht sonderlich viel nachdenken für. So, diese Panels hier gilt es zu benutzen. Nummer 1. Seht mich an. Ich helfe. Die respawnen auch einigermaßen schnell. Das heißt, im Zweifel bleibt halt einfach neben einem stehen. Wartet, bis das Icon wieder erscheint und sprengt halt die Turbine irgendwie dreimal nacheinander. Geht auch. Muss man aber nicht. Also, ich mache das ganz gerne, wenn ich hier alleine bin, dann eben in einem Rutsch durch. Abgesehen davon ist es lustig, Turbinen zu sprengen. So, wo ist denn jetzt hier das Ding? Da. Wams. Okay, jetzt müssen wir das republikanische Kompzentrum scannen von hier aus, weil das Ding sich hier in dem Areal befindet. Also fahren wir da mal kurz hin. Das ist das gute Stück hier oben auf dem Gebäude drauf. Da tun wir uns aber einen größeren Gefallen, wenn wir das nicht von komplett unten scannen. Dann lässt es sich nämlich etwas leichter beziehen. Upsa. Ach, warte mal. So. Also dann mal raus mit dem Ding. Okay. So, dann gehen wir ein Stückchen näher ran. Glücklicherweise müssen wir darauf nicht groß schießen, sondern einfach dieses Icon anklicken. Also nächste Aufgabe ist, zerstöre den kommenden Empfänger. Da packt sie dann den Granatenwerfer aus und Röms kaputt ist es. Praktisch, was wir alles so in der Tasche haben. Also ich hätte auch gern so eine Multifunktionstasche. Als nächstes müssen wir einen Aussichtspunkt finden, um diese Bahn hier zu sabotieren oder was auch immer es sein mag. Das heißt, wir fahren hier so ein bisschen außenrum. Ist einfach bequemer, wenn wir die größeren Ansammlungen an Mobs vermeiden. Das geht hier relativ gut. Ist halt ein bisschen Fahrtaufwand, aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht störend. So, wenn wir den Aussichtspunkt erreicht haben, klicken wir einfach diesen Pfeiler hier an. Dann packt unser Charakter wieder den Granatwerfer aus. Seht mich an. Ich helfe. Und unsere letzte Aufgabe führt uns hier zum Damm. Das ist dieser große Damm ganz hinten. Und spätestens hier, wenn ihr diese Aufgabe zuerst machen solltet, kriegt ihr auf jeden Fall genügend republikanische Soldaten zusammen, weil hier in der Gegend ganz viele rumstehen. Deswegen gehen wir den jetzt gerade auch ein bisschen aus dem Weg. So, von hier aus wird der Damm gescannt. Und da ist diese Schwachstelle, die wir erreichen müssen. Um das Ganze hier abzuschließen, fahren wir mal ein bisschen außenrum. Denn wir müssen an den Damm direkt dran ran. Und hier können wir dann die nächsten Codex-Eintrag abgreifen. So. Das funktioniert hier jetzt so ein bisschen anders als gewohnt. Oh, können wir gleich wieder kämpfen. Oh, da freue ich mich ja mal. Wir haben hier diese verschiedenen Punkte, wo wir strukturelle Integritäten abscannen müssen. Dafür haben wir allerdings keinen Scanner in dem Sinn, sondern klicken einfach, wenn wir den grünen Punkt erreicht haben, auf den Scanner hier oben. Huch, ist hier nicht sichtbar? Okay. Habe ich ihn jetzt hier irgendwo in den Damm reingeschubst? Passiert. Okay, dann klicke ich jetzt erstmal hier drauf. Ah, okay. Wir sind entronnen. Hm. Das ist irgendwie nicht so ideal mit den Fähigkeiten, dass... Na, komm her, Kumpel. Ich glaube, ich muss einfach hier stehen bleiben, damit er mich immer wieder anspringen kann. Für seinen komischen Angriff. Dann kriegen wir den nämlich auch Platz. Wo auch immer er es schafft, hier oben Kisten und Steinbrocken herzukriegen. Nicht, dass es dir was bringt, Kumpel. So, lass uns hier einfach mal kurz diese Leiter hochlatschen, wenn es denn jetzt ginge. Boah, ist das lästig. Weil dann laufen wir hier einfach auf diesem Weg hier zur anderen Richtung. Da kommen wir nämlich sehr bequem zur anderen Scan-Stelle und müssen dann eigentlich nur noch ganz nach unten. Etwa mittig zum Damm. Und hier räumt schon jemand anders freundlicherweise den Weg frei. Das finde ich sehr, sehr nett. So, klicken. Alles gescannt. Und hier seht ihr es. Es sind unglaublich viele republikanische Soldaten unterwegs. Also ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen darüber machen, dass ihr eventuell nicht genügend Mobs findet. Die dritte Stelle ist noch am einfachsten. Da laufen wir einfach hier unten hin. Und scannen nochmal. Bam! Alles erledigt. Wir haben gleichzeitig die tägliche Mission abgeschlossen, bei der wir sechs Dailies hinkriegen müssen. Alles sehr bequem. Und das ist natürlich auch ein Eroberungsziel. Tägliches Patrouille, Dantuin, das ist hier diese Daily-Quest, die man machen kann, wenn man alle täglichen Quests erledigt. Und hier seht ihr die Quest-Belohnungen von Destabilisierung von Dantuin. Wir schließen jetzt aber unsere Quest damit ab, dass wir zu unserem Auftraggeber zurückkehren und dort die Quests, die hier den Story-Bogen beendet, abgeben. So, jetzt nochmal reingelatscht in diese unglaublich schicke Basis. Und dann zu Colonel Trazen zurück. Also die Imperialen haben schon eine Vorliebe für irgendwelche komischen Höhlen, das muss man ja mal sagen. So, wo steckst du denn, Mädel? Da ist sie. Korrekt, mein Sith-Lord. Die Effizienz der republikanischen Anlagen ist um 76% gesunken. Ohne effektive Unterstützung von Dantuin werden sich die republikanischen Schiffe in unserem Raum in wenigen Tagen zurückziehen müssen, um Vorräte aufzustocken. Gute Arbeit, Colonel. Ihr und eure Soldaten machen unserem Imperium alle Ehre. Commander, kommt näher. Lord Malgus, ich muss euch erneut danken, dass ihr die Allianz-Kommandantin um Unterstützung bei unserer Mission gebeten habt. Der Kommandantin folgt der Erfolg auf dem Fuße. Ich werde euch nicht länger von eurer Aufgabe abhalten. Malgus Ende. Es war mir eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Ungeachtet der andauernden Störungen durch die Piraten werden wir weitermachen, bis dieser Planet für die Republik keinen Nutzen mehr hat. Hm, ihr verdient was Besseres. Wie auch immer, ich bin weg. Die Freude war ganz meinerseits. Na klar, hat das Spaß gemacht. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Malgus hat recht. Das Imperium kann sich glücklich schätzen, Offiziere wie euch zu haben. Eure Meinung ehrt mich. Ich denke allerdings, dass ich einfach nur sehr effektive Hilfe hatte. Bis dann, Commander. Damit hätten wir den Storybogen hier für das Event Piratenangriff abgeschlossen und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Blick hier in die Quests ein bisschen helfen. Danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Es wird ein zweites Video für die H2 und H4 Quests geben, aber das sprengt hier jetzt so ein bisschen den Rahmen. Ich meine, wir haben ja sowieso schon recht viel Story drin. Ihr Lieben, macht es gut. Habt viel Spaß mit dem Event. Das gehört jetzt auch zur offiziellen Reihenfolge der verschiedenen Events, wie zum Beispiel den Raggul-Wiederaufleben oder die Grie-Besuche etc. Das heißt, ihr könnt hier immer wieder zurückkommen und ein paar Punkte kassieren. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschööö.